Willkommen bei Arcadia Marketplaces und herzlichen Glückwunsch zur Erstellung Ihres eigenen Marktplatzes. Mein Name ist Laura und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie die Funktion der Arcadia-Plattform optimal nutzen können. Egal, ob Sie Ihr Unternehmen bereits auf Arcadia betreiben oder ganz neu auf unserer Plattform sind, diese Serie von Walkthrough-Videos wird die aktualisierte Arcadia-Oberfläche sowohl für Administratoren als auch für Händler behandeln. Sobald Sie den Anmeldeprozess durchlaufen haben, gelangen Sie zu diesem Dashboard, das Marktplatz-Administrator-Portal oder Admin-Portal genannt wird. Hier können Sie als Marktplatzbetreiber alle Aspekte Ihres Marktplatzes beaufsichtigen und kontrollieren. Bevor wir beginnen, wollen wir zunächst die verschiedenen Portale Ihres Marktplatzes durchgehen und erklären. Arcadia stellt jedem Marktplatz drei Portale zur Verfügung. Zum einen gibt es das Administrator-Portal, über das Sie als Betreiber Ihres Marktplatzes Ihren Marktplatz einrichten und betreiben können. Das zweite ist das Verkäufer-Portal, das Ihren Marktplatz-Verkäufern ermöglicht, Ihre Produkte und Angebote zu verwalten. Schließlich das Käufer-Portal oder die Marktplatz-Surfen-Oberfläche selbst. Dies ermöglicht Ihren Marktplatz-Kunden oder Käufern, ein Produkt zu suchen, zu vergleichen und zu kaufen oder einen Artikel, Raum oder eine Dienstleistung auf Ihrem Marktplatz zu mieten. Arcadia macht es Ihnen leicht, jederzeit von Ihrem Administrator-Portal aus auf Ihren Marktplatz zuzugreifen. Klicken Sie einfach auf View Marketplace. Arcadia ermöglicht es dem Administrator auch, mit demselben Konto als Verkäufer auf seinem eigenen Marktplatz aufzutreten. Um zu Ihrem Admin-Verkäuferkonto zu gelangen, klicken Sie auf Fangen Sie an zu verkaufen. Nun zurück zu den Hauptfunktionen des Admin-Portals. In diesem Video werden wir eine Einführung in die Hauptfunktionen des Marktplatz-Administrator-Portals geben, gefolgt von einigen der erweiterten Funktionen im Admin-Portal. In diesem Teil 1 werden wir die Funktionen durchgehen, mit denen Sie Ihren Marktplatz strukturieren und verwalten können. Nachdem Sie sich als Administrator eingeloggt haben, werden Sie zunächst auf die Seite Ankündigungen geleitet. Hier sehen Sie nicht nur Ankündigungen und Aktualisierungen der Plattform, sondern auch einen Link zu den Hilfeartikeln von Arcadia unter Arcadia FAQs. Alternativ können Sie auch auf das kleine Hilfe-Symbol unten rechts oder auf die Registerkarte Hilfe-Center links klicken, um zu unseren häufig gestellten Fragen zu gelangen. Wenn Sie eine Frage haben, müssen Sie nur Ihre Frage eintippen und die relevantesten FAQ-Leitfäden werden angezeigt. Sie können auf die verschiedenen Funktionen des Admin-Portals zugreifen, indem Sie hier auf die Menüleiste auf der linken Seite klicken. Lassen Sie uns nun jede der Funktionen einzeln durchgehen. Auf der Registerkarte Benutzerverwaltung können Sie Käufer und Verkäufer auf Ihrem Marktplatz verwalten. Sie sind in der Lage, Informationen über jeden Ihrer Käufer und Verkäufer zu sehen. Als Marktplatz-Administrator haben Sie die volle Kontrolle über alle Käufer und Verkäufer auf Ihrem Marktplatz. Wenn Sie also, abgesehen von der Einzeige der Benutzer-Details, den Zugang eines bestimmten Benutzers zu Ihrem Marktplatz-Sperren einschränken möchten, können Sie dies über die Umschaltfunktion unter User Access tun. Wenn Sie einen Händler auf aufschalten, werden alle Artikel des Händlers aus der öffentlichen Ansicht ausgeblendet und der Zugriff auf das Konto des Verkäufers wird entfernt. Sollten Sie auf das Portal eines Verkäufers zugreifen müssen, um ihm bei der Verwaltung seines Inventars oder seiner Transaktionen zu helfen, können Sie sich auch im Namen des Verkäufers in dessen Konto einloggen, indem Sie einfach auf die Schaltfläche Login ganz rechts klicken. Um Benutzer zu Ihrem Marktplatz einzuladen, können Sie in der oberen rechten Ecke der Seite diese beiden Schaltflächen sehen, Konsumenten einladen und Händler einladen. Bei beiden Schaltflächen können Sie Einladungen an bestimmte E-Mail-Adressen senden und die Besitzer der E-Mail-Adressen werden zum entsprechenden Onboarding-Prozess weitergeleitet und können Ihrem Marktplatz beitreten. Bei diesen beiden Funktionen der Benutzerverwaltung und der Marktplatzeinladungen können Sie entscheiden, wer auf Ihrem Marktplatz Transaktionen durchführen darf, ob Verbraucher oder Händler. Diese Funktionen sind hauptsächlich für einen privaten Marktplatz gedacht, bei dem der Administrator den Eintritt von Verkäufern und Käufern in den Marktplatz einschränken würde. Wir werden auf die Funktion des privaten Marktplatzes näher eingehen, wenn wir zur Registerkarte Berechtigungen kommen. Ähnlich wie bei der Benutzerverwaltung können Sie auf der Registerkarte Artikel die Angebote auf Ihrem Marktplatz verwalten. Über die Suchfunktion können Sie nach einem bestimmten Artikel oder einer Dienstleistung suchen sowie die Auflistung sortieren. Sollten Sie diese Liste exportieren wollen, können Sie dies über die Schaltfläche CSV exportieren tun. Ebenso können Sie wählen, ob ein aufgelisteter Artikel oder Dienstleistung verfügbar ist, indem Sie den Schalter kaufbar verwenden. Sobald Sie eine Auflistung deaktivieren, verschwindet der gelistete Artikel oder Service sofort von Ihrem Marktplatz. Sie können den Eintrag jederzeit wieder einschalten und der Artikel erscheint wieder auf Ihrem Marktplatz. Wenn Sie auf das Bleistift-Symbol klicken, können Sie als Administrator den Inhalt des Artikels des Verkäufers bearbeiten. Auf diese Weise können Sie, wenn ein Angebot nicht Ihren Marktplatzstandards entspricht, es einfach ausschalten oder die entsprechenden Änderungen vornehmen und es wieder einschalten. Unter Transaktionen können Sie die komplette Transaktionshistorie Ihres Marktplatzes einsehen, auch die fehlgeschlagenen Transaktionen. Sie werden hier alle aufgelistet. Unter Transaktionsverlauf können Sie sehen, wie viel Professionen Sie durch die Transaktionen Ihres Verkäufers verdient haben. Abhängig von der Zahlungsart können Sie hier auch den Bestell- und Zahlungsstatus über das Dropdown-Feld ändern. Dies kann insbesondere bei der Lieferung sinnvoll sein. Sie können auch den Auftragsstatus entsprechend anpassen. Sie können auch die Verwaltungsgebühren sehen, die Sie als Marktplatzbetreiber erhalten haben, basierend auf dem Provisionssatz, den Sie im Onboarding-Prozess festgelegt haben. Wenn Sie eine Änderung an Ihrem Marktplatz-weiten Standard-Provisionssatz vornehmen möchten, erstellen Sie ein Kundensupport-Ticket in Ihrem Administrator-Portal, um Unterstützung zu erhalten. Als nächstes wollen wir die Registerkarte Konfigurationen erkunden. Diese Funktionen sind wichtig, um Ihren Marktplatz zweckmäßig zu gestalten. Hier richten Sie die Datenstruktur ein, wie Ihr Marktplatz funktionieren soll. Zum einen können Sie unter Kategorien die Hauptkategorien Ihres Marktplatzes einstellen, unter denen Sie Ihre Unterkategorien einstellen können. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Kategorien und Unterkategorien festlegen, basierend auf der Art der Angebote, die Ihr Marktplatz haben wird. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Eine Kategorie hinzufügen, um dieses Popfenster anzulegen. Hier müssen Sie einfach einen Kategorie-Titel eingeben. Wenn es sich um eine Unterkategorie handelt, eine untergeordnete Kategorie wählen, unter der sie geparkt werden soll und ein Bild hinzufügen, wenn es sich um eine Hauptkategorie handelt. Klicken Sie auf Speichern und Sie haben eine Kategorie erstellt. Sie können Ihre Kategorien und Unterkategorien auch neu anordnen, indem Sie auf das Symbol mit den drei Linien klicken, es gedrückt halten und nach oben oder unten ziehen, wo immer Sie möchten. Das wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie die Kategorien auf Ihrem Marktplatz angezeigt werden. Um eine Kategorie zu ändern oder sogar zu löschen, stehen Ihnen auf der rechten Seite Schaltflächen zur Verfügung. Es ist wichtig, dass Sie zuerst Ihre Kategorie einrichten, damit Ihre Verkäufer Ihre Produkte entsprechend der verfügbaren Kategorien auf Ihrem Marktplatz auflisten können. Als nächstes sehen wir uns die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder an. Hier können Sie zusätzliche Felder hinzufügen, die Ihre Kunden beim Hochladen eines Artikels auf den Marktplatz angeben sollen. Klicken Sie dazu auf Feld hinzufügen und geben Sie dann den Namen des benutzerdefinierten Feldes ein, der zum Beispiel Herstellungsland lauten könnte. Sie können dann den Feldtyp aus den Dropdown-Optionen auswählen. Arcadia bietet viele verschiedene Typen von Checkbox und Textfeld bis hin zum Einbetten von Videos. Sie können auch wählen, ob Sie dieses Feld optional oder obligatorisch machen wollen, je nachdem, wie wichtig dieses Feld für die richtige Benutzererfahrung auf Ihrem Marktplatz ist. Wenn es auf Obligatorisch eingestellt ist, dann müssen alle Verkäufer das Feld ausfüllen, bevor ein Artikel richtig hochgeladen werden kann. Schließlich können Benutzerdefinierte Felder auf bestimmte Kategorien Ihrer Wahl angewendet werden, indem Sie einfach auf Kategorien auswählen klicken und auswählen, auf welche Kategorien dieses bestimmte Benutzerdefinierte Feld angewendet werden soll. Dies bedeutet, dass diese Felder nur für diese Kategorie gelten. Wenn Sie zum Beispiel Garantiezeit für das Kameragehäuse und nicht für die Kategorie Audio hinzufügen möchten, können Sie diese Unterscheidung vornehmen. Die Funktion Externe Links ermöglicht es Ihnen, Links zu anderen Seiten oder zu Seiten innerhalb Ihres eigenen Marktplatzes zu erstellen. Ein Beispiel für das Frontend würde wie folgt aussehen. Wenn Sie also zum Beispiel eine separate Blog-Website haben, können Sie hier eine Verbindung herstellen, um Ihren Nutzern ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten. Als nächstes unter der Registerkarte Kommission, wobei Sie bereits Ihren Standard-Provisionssatz für den gesamten Marktplatz festgelegt haben, können Sie auf dieser Seite auch kategoriebasierte Provisionssätze festlegen. Schalten Sie Ja ein und Sie können einen Provisionssatz für eine bestimmte Kategorie festlegen. Für Kategorien, für die Sie keinen eigenen Provisionssatz festgelegt haben, gilt der Standardsatz. Wenn Sie Ihren Standard-Provisionssatz ändern möchten, können Sie dies jederzeit tun, indem Sie ein Ticket über den Support-Tab unten rechts auf der Seite einreichen. Im Moment lautet Ihre Marktplatz-URL oder Ihr Domain-Name yourmarketplacename.arcadia.io. Möglicherweise möchten Sie die Domain jedoch in Ihre eigene ändern. Daher können Sie auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Domain durch einen neuen, von Ihnen erworbenen Domain-Namen ersetzen. Innerhalb dieser Registerkarte können Sie auch Ihr eigenes SSL-Zertifikat hinzufügen. Sie können Ihr eigenes SSL kaufen oder Arcadia bitten, Ihnen beim Kauf zu helfen. Unter Setup Payments oder Zahlungen einrichten können Sie Ihren bevorzugten Zahlungs-Gateways-Typ auswählen und verknüpfen. Sie können auch im Laufe der Zeit Zahlungs-Gateways hinzufügen und ändern, welche auf Ihrer Plattform obligatorisch sind. Sie müssen mindestens eine obligatorische Zahlungsmethode ausgewählt haben, für die alle Ihre Verkäufer ein Konto haben müssen, um auf Ihrem Marktplatz Transaktionen durchführen zu können. Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich vor dem Onboarding Ihrer Benutzer fest für ein Zahlungs-Gateway entschieden zu haben, denn sollten Sie Ihr Standard-Zahlungs-Gateway danach ändern wollen, müssen das alle Ihre Händler ebenfalls tun, was unpraktisch sein kann. Wenn Sie keines der verfügbaren Standard-Zahlungs-Gateways verwenden möchten und ein anderes Zahlungs-Gateway bevorzugen, können Sie ganz einfach einen Entwickler beauftragen, Ihnen bei den Interaktionen des Zahlungs-Gateways Ihrer Wahl auf Ihrem Marktplatz unter der Registrierkarte Benutzerdefinierte Zahlung zu helfen. Um zu sehen, was für das Hinzufügen eines Zahlungs-Gateways erforderlich ist, klicken Sie einfach hier. Es ist nicht schwierig für einen Entwickler, ein neues Zahlungs-Gateway für Sie zu integrieren. Mit dem Feature Umschalten können Sie auf die Liefermethode Lieferung 2.0 zugreifen, die es Ihren Verkäufern ermöglicht, Ihre eigenen Lieferoptionen zu wählen und einzustellen. Im Rahmen der Funktion Lieferung 2.0 können Sie zunächst entscheiden, welche Gewichtseinheit verwendet werden soll, je nachdem, was an Ihrem Standort üblich ist. Sie können auch Standardlieferoptionen für Ihre Verkäufer hinzufügen, indem Sie auf Lieferoptionen hinzufügen klicken. Geben Sie den Namen der Lieferoption an, zum Beispiel Inselweiterversand, die Orte, an die Sie liefern können, die Mindestvorlaufzeit in Tagen, also zwei, den Ort, von dem aus Sie liefern und ob der Versand nach Gewicht oder Preis berechnet werden soll. Sie würden dann bestimmte Liefertarife bereitstellen, denen Ihre Verkäufer folgen können, indem Sie den Namen des Liefertarifs, die Gewichts- und Preisspanne und die Kosten für diesen bestimmten Liefertarif eintragen. Klicken Sie auf Speichern und Sie fügen diese Option hinzu. Die Registerkarte Login-Konfiguration ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Arten von Login-Methoden zu steuern, die für Ihre Benutzer auf Ihrem Marktplatz verfügbar sind. Arcadia kommt vor integriert mit Facebook- und Google-Anmeldefunktion. Auf der Registerkarte Anpassen steuern Sie das Fronted-Design und das Layout, wie Ihr Marktplatz für die Endbenutzer aussehen soll. Beginnend mit der Registerkarte Allgemeines können Sie den Namen Ihres Marktplatzes, die Landingpage, auf die Ihr Logo weitergeleitet wird, Ihr Marktplatz-Logo und auch das Fave-Icon ändern. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie den Namen Ihrer Marktplatz-URL ändern möchten, ein Ticket über die Registerkarte Support auf dem Marktplatz senden möchten, um Unterstützung zu erhalten. Beachten Sie auch, dass Sie Ihre Marktplatz-URL leicht durch eine benutzerdefinierte Domain ersetzen können, die Sie erworben haben. Auf der Registerkarte Theme können Sie aus vier verschiedenen Design-Themen für Ihren Marktplatz auswählen, die sich ebenfalls je nach Art des Marktplatzes unterscheiden. Mit der Funktion Startseite Layout können Sie das Fronted Ihres Marktplatzes nach Ihren Wünschen gestalten. Ganz oben auf der Seite sehen Sie die Schaltfläche Panel hinzufügen, mit der Sie einen bestimmten Typ von Panel auf Ihrer Marktplatz-Landingpage hinzufügen können. Sie können so viele Panels hinzufügen, wie Sie möchten, und dies sind die verschiedenen verfügbaren Panel-Typen. Um die Tafeln neu anzuordnen, klicken Sie einfach auf das Stift-Werkzeug und drücken Sie die Pfeile nach oben und unten, um Ihre Tafeln zu sortieren. Sie können die Paneele verwenden, um statische Informationen oder sogar Hyperlinks zu anderen Websites Teilen Ihres Unternehmens zu präsentieren. Dies ist ein Beispiel dafür, wie es aussehen kann. Zu guter Letzt können Sie sich das Frontend auch mobil anzeigen lassen, indem Sie über das Symbol hier zur mobilen Ansicht wechseln, die die mobile Responsivität unserer Arcadia-Plattform widerspiegelt. Vergessen Sie nicht, auf Speichern zu klicken, sobald Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben. Die nächsten Funktionen sind die Registerkarten über uns und Marktplatzrichtlinien, mit denen Sie einfach Ihre Marktplatzinformationen und Parameter ändern können. Sie können hier den Editor verwenden, um Ihre Inhalte zu diesen Seiten hinzuzufügen. Schließlich können Sie auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Codes das Erscheinungsbild Ihres Marktplatzfrontends anpassen. Dies erfordert das Einfügen von HTML, CSS oder sogar JavaScript Codes. Wenn Sie technisch nicht versiert sind, sollten Sie die Hilfe eines Entwicklers in Anspruch nehmen oder Sie können auch einen Arcadia Benutzerdefinierte Coders engagieren, der Ihnen hilft. Wenn Sie nicht wissen, welche Layoutänderungen Sie mit HTML, CSS oder JavaScript vornehmen können, können Sie diese in den Arcadia FAQs nachlesen. Sollten Sie auf Probleme stoßen, können Sie hier auf das Support-Symbol klicken, um einen Hilfeartikel zu finden oder ein Ticket mit der Bitte um Unterstützung zu senden. Damit ist Teil 1 der Navigation durch das Admin-Portal auf der Arcadia-Plattform abgeschlossen. Klicken Sie auf Weiter, um zu Teil 2 der Serie zu gelangen. Klicken Sie auf��én bei Postern. Klicken Sie auf dem Ötling-Portimes. Klicken Sie auf einmal spoon- und das drücken. Klicken Sie auf einmal. Klicken Sie auf einmal hoch? Vielen Dank.